Baobaböl ist ein Geheimtipp für natürliche Haut- und Haarpflege. Das Baobaböl wird aus den Samen der Früchte gewonnen, die auf Baobabbäumen wachsen. Dieser Baum wird auch Aschenbrotbaum genannt. Diese riesigen Bäume können mehr als 2000 Jahre alt werden. Der Baobabbaum ist in Afrika beheimatet und hat sehr, sehr dicke Stämme. Baobaböl hat unglaubliche Wirkung. Es glättet und verjüngt die Haut, hilft gegen Pickel und Entzündungen, verstärkt die Festigkeit der Haut, baut Kollagen auf, hat stark hautregenerierende Wirkung, beseitigt Tränensäcke unter den Augen, vermindert Psoriasis und Neurodermitis, regeneriert gesunde Kopfhaut und gesundes Haar, vermindert Dehnungsstreifen und verbessert innerlich eingenommen die Gesundheit des Zahnfleisches. Der Baobabbaum wird auch als der Baum des Lebens bezeichnet, da er sehr nährstoffreich ist und enorme Mengen Wasser speichern kann. Das Baobab-Pulver, das aus den Früchten hergestellt wird, enthält mehr Antioxidantien als jede andere Frucht auf der Erde. Aus der Frucht wird auch das Baobaböl gewonnen, das viele wichtige Fettsäuren enthält, unter anderem Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren, sowie einige weitere seltene Fettsäuren. Außerdem eine Vielzahl von Vitaminen wie Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K. Sie können Baobaböl verwenden, um die Gesundheit von Haut und Haaren zu verbessern. Egal ob Ihre Haut Alterserscheinungen aufweist oder durch die Sonne geschädigt wurde, Baobaböl kann dank seiner vielen pflegenden Inhaltsstoffe die Haut von innen heraus heilen. Baobaböl vermindert die Zeichen des Alters wie Falten und Augenringe aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften, kann es Rötung und Pickel reduzieren. Da Baobaböl leicht in die Haut einzieht, ohne die Poren zu verstopfen oder einen fettigen Rückstand zu hinterlassen, ist es für alle Hauttypen geeignet. Die Haut wird glatt und geschmeidig. Baobaböl ist die beste Feuchtigkeitscreme, da Baobaböl nicht fettet, sondern sehr gut absorbiert wird. Es hat eine seidige, geschmeidige Textur, so ist es eine gute Wahl als Feuchtigkeitscreme. Aufgrund der reichhaltigen Nährstoffe des Öls zieht es tief in die Haut ein und kann die Hautzellen nähern und eine herrliche, gesunde Haut fördern. Baobaböl beseitigt Tränensäcke, es kann verwendet werden, um diese unansehnlichen Augenbeutel zu entfernen. Es hilft auch, um die Augen zu befeuchten und Trockenheit in den Augen zu bekämpfen. Baobaböl steigert die Kollagenproduktion. Da Baobaböl viele Vitamine enthält, ist es besonders gut gegen Alterserscheinungen. Es regt die Kollagenproduktion in der Haut an und fördert gleichzeitig die Wiederherstellung der reifen Haut. Wenn sie ihre Haut nicht genug Kollagen produziert, kombinieren sie Baobaböl mit anderen ätherischen Ölen, von denen sie bekannt ist, dass sie die Kollagenproduktion verbessern, wie Mandelöl. Baobaböl hilft gegen Eczema und Psoriasis. Dank seiner starken entzündungshemmenden Eigenschaften kann es bei entzündlichen Hauterkrankungen wie Eczem, Psoriasis und Rosacea helfen. Es wird helfen, Trocknerbereiche mit Feuchtigkeit zu besorgen, Rötung zu reduzieren und den unerfährlichen Juckreiz zu beseitigen, der bei Eczemen auftreten kann. Tragen Sie dazu Baobaböl auf die betroffenen Hautstellen auf und lassen Sie es dort für mindestens 30 Minuten. Das hilft, die Entzündungen zu vermindern. Baobaböl hilft gegen Dehnungsstreifen und verbessert die Hautelastizität auch einfach einmassieren auf die betroffenen Hautpartien, wo sich Dehnungsstreifen zeigen. Baobaböl einmassieren, das hilft, damit die Haut sich regenerieren kann. Baobaböl hilft auch gegen rissige Lippen, das ist eine einfache Behandlung, einfach die Lippen mit Baobaböl bestreichen. Es hilft, das Haar zu verbessern, das stumpfes Haar und auch trockenes Haar, wieder die Struktur zu verbessern. Einfach Baobaböl in die Kopfhaut und Haare einmassieren. Baobaböl beruhigt gereizte und entzündete Kopfhaut durch seine vielen Vitamine, durch seine Ölsäuren, hilft es, die Kopfhaut zu regenerieren. Eine gesunde Kopfhaut ist die beste Voraussetzung für gesunden Haarwuchs. Innerlich eingewendet kann Baobaböl das Zahnfleisch stärken. Wenn Ihr Zahnfleisch geschwollen, entzündet und infiziert ist, können Sie Baobaböl verwenden, um dieses Problem zu lösen und die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Massieren Sie einfach eine kleine Menge direkt in Ihr Zahnfleisch ein. Wenn Sie Baobaböl kaufen, ist es wichtig darauf zu achten, dass Sie nur 100% reines Baobaböl bestellen. Durch kaltes Pressen sollte Baobaböl extrahiert werden, keine Warmpressung, das würde die Fettsäuren zerstören. Es muss eine Kaltpressung sein, es muss auch ein zertifiziertes Bioprodukt sein, in einer dunklen Glasflasche verpackt. So werden die wohltuenden Eigenschaften von Baobaböl erhalten. Zum Fazit zum Baobaböl, es ist also ein wunderbares Öl für die Haut. Es kann auch inhaltlich eingenommen werden zur Mundspülung, um das Zahnfleisch zu stärken. Und es ist ein Wundermittel für die Haut. Es ist viel gesünder als die vielen chemischen Cremes mit Zutatstoffen, sondern es ist ein 100% Naturprodukt. Soweit zu Baobaböl und den Vorteilen dieses Öls. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.